heute ist samstag aber ganz besonderer samstag das heißt dass wird doch jetzt nicht heiß dass er schon wieder da ist warte mal hier bin ich wieder glück auf der schalke 49 ist schon wieder zurück heute mit dem zweiten heimspiel in folge heute geht in die bündchener südenbauern den bauernstart guck mal diesen schönen sonnenuntergang an es ist sonnenuntergangszeit ja schalke guck mal das dach ist sogar auf und ein unglaubliches bild hier schalke gegen bayern münchen und vor allem heute es ist wieder eine spielzeit hier und vor allem heute da sind schon die ersten bauern und so aber ganz ehrlich heute wird ein sehr schönes ein sehr tolles ereignis werden gegen den nfc bayern münchen hier an diesem samstag den 12 november der tag nach den 11 hälften hier sind schon die nächsten auch schon ein paar klubberer hier wird das ist ja mal toll ich gehe jetzt mal rein und dann wird geguckt ihr seid aus bis ein